Ja, John, du hast heute Morgen deinen Vertrag verlängert bei Hertha BSC. Wie fühlst du dich nach der Vertragsverlängerung? Es hat sich nicht viel verändert, ich bin immer noch der Gleiche. Die Vertragsverlängerung hat mir die Mannschaft nicht schwer gemacht, hat es mir schwer getan. Wir haben ein gutes Verhältnis zum Trainer, zum Mitspieler, haben es mir einfach gemacht. Berlin ist eine tolle Stadt, ich bin hier aufgewachsen und freue mich sehr, dass ich jetzt verlängern konnte. Das Motto von Hertha ist ja auch, die Zukunft gehört Berlin. Du bist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie die Zukunft Berlin prägt. Warum hast du jetzt gesagt, okay, ich bleibe in Berlin und ich wechsle nicht in eine andere Stadt? Ja, ich glaube, wir haben viel vor, auch der Trainer setzt auch viel auf die Jugend. Ich glaube auch, wenn ich jetzt in einen anderen Verein gehen würde, wäre ich das Richtige. Und ja, ich wollte einfach dem Verein was zurückgeben, dass sie mir so viel vertraut haben. Und auch mit den Jungspielern jetzt, glaube ich, ist sehr, sehr viel möglich. Also denkst du, wir sehen dann auch weitere Leistungen, wie zum Beispiel gegen Hannover, wo du mit der Vorarbeit und dem Tor ja praktisch eine sehr gute Hinrunde gekrönt hast? Also denkst du, da sehen wir mehr in Zukunft von? Ja, ich werde natürlich auch noch, muss an mir arbeiten, ich bin auch nicht perfekt, muss noch sehr viel an mir arbeiten. Aber ich könnte sicher sehen, dass ihr noch mehr oder vielleicht sogar noch den besseren Jordan sehen werdet. Kurz Einschätzung, was passiert morgen in Leverkusen? Wir müssen Sieg her. Also es ist wirklich einfach, Leverkusen ist eine starke Mannschaft, auch wenn die jetzt oft gepatzt haben in der Liga. Aber wenn wir wieder unser Spiel durchziehen, hinten kompakt stehen, vorne die Dinger machen, dann denke ich, dass wir das Spiel für uns entscheiden werden.